Jacques Breuer ist ein österreichischer Filmschauspieler, Synchronsprecher und Filmregisseur. Leben Sein Großvater war der österreichische Schauspieler Siegfried Breuer, sein Vater Siegfried Breuer Junior. Und sein Bruder Pascal waren bzw. sind ebenfalls Schauspieler. Er machte sein Abitur am Kammerloher Gymnasium Freising. Noch während seiner Ausbildung an der Otto-Falkenberg-Schule debütierte er 1975 in Brechts die Gewehre der Frau Kara an den Münchner Kammerspielen. Von 1977 bis 1979 war er Ensemble-Mitglied des Bayerischen Staatsschauspiels, seitdem ist er freischaffend. Einem breiteren Fernsehpublikum wurde Breuer durch seine Rolle als Peter Barthory in dem 1979 entstandenen Abenteuervierteiler Matthias Sandorf bekannt. Seine Karriere umfasst auch die Mitwirkung in so bekannten TV-Serien wie Derrick, Der alte, Ein Fall für zwei, Wolfs Revier, Weißblaue Geschichten, Schischka, Tartort, Der Bulle von Tölz und Café Meineid. 1983 84 hatte er in Egon Günthers Fernseh-Dreiteiler Moringa die Hauptrolle des Oberveterinärs Gottschalk. Darüber hinaus betätigt sich Jacques Breuer auch als Synchronsprecher. Zu seinen bekannten Sprechrollen zählen die des Aragorn in der Der Herr der Ringe Trilogie und des Adolf Hitler in Hitler – Aufstieg des Bösen. In der Fernsehserie Dirty Sexy Money lieh er William Baldwin als Patrick Darling seine Stimme. 1991 feierte er Erfolge am Wiener Theater an der Wien in dem Musical Freudianer, in dem er die Hauptrolle des Erik sang. Shakespeare's Sonette, und zwar die 52 Vanitas Sonette, sprach Breuer 2013 in der Neuübersetzung von Klaus Eckermann für die Noa Noa Hörbuch-Edition ein. Von 2012 bis 2015 lieh er Steffen Dillain als Stannis Baratheon in der erfolgreichen Serie Game of Thrones seine Stimme. Jacques Breuer war elf Jahre mit der Schauspielerin Sissi Höferer verheiratet. 2008 heiratete er die Schauspielerin Viola Wedekind. Anfang April 2017 erfolgte die Trennung. Die Trennung Die Trennung Die Trennung Die Trennung Die Trennung